51,1 Sekunden, die Bestzeit im Hindernis 7 Gehalt von Fabian Gänze jetzt noch, 48,1, neue Bestzeit im Hindernis 7, gefahren von Erich Fürsinger zum Abschluss seiner heutigen Geländeprüfung. Er jetzt unterwegs ins Ziel, mit der Bestzeit im Gepäck vom Hindernis 7. Hier, du hast ein Foto, oder? New Bestzeit in Obstacle 7, fast für Erich Fürsinger, 48,9, Friedi Meier aus der Schweiz unterwegs im Hindernis 4. Und die Gepäck Nummer 22, Pia Grundmacht aus der Schweiz schlägt auf der Anfahrt, zum Hinternis 2. Wuh, 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 wuh! Gut.